Kampflug Episode 11 Zwei Tage vor dem Interview Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen weiter Partyheart 2 Mal gucken Ich hoffe, da sind keine Kämpfer Neuer Song auf jeden Fall Jihau Ja, was können wir denn machen? Oh Haut er mich einfach Punch Club Die haben meine Nachrichten Nachher Die ist nix Da ist Müll Schau mal Mülleimer Da kommen wir nicht rein Krieg Können wir für die Flucht gebrauchen. Höhen Sie alle 83. Höhen Sie 44 Ziele. Joa. Das ist ja mal ordentlich. Ordentlich großes Level. Oh, ein Drucker. Oh, da hat jemand was hinterlassen. Tja. Nein, nicht die Polizei rufen. Dumme Kuh. Tja, wie killen wir die alle? Ist ja kaum was. Ist er nacklich? Wie, der ist nacklich. Donatschachteln geben. Was kann ich damit machen? Irgendwie müssen wir hier viele, viele Leute messern. Anders bleibt es irgendwie nicht. Anders geht das nicht. Anschauen. Ruf eine Spezialeinheit. Oh, haben wir gemacht. Oh, weg, 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 weg. Oh, jetzt werden wir alle gestürmt oder rausgebracht oder was? Wo rennen die alle hin? Behaftet? Warum sind die alle weg? Scheiße. Die Polizei war es für mich dabei. Blendgranate. Das Beste, was ich bisher hier hatte. Oh, ein paar Leute sind auch überfahren worden. Oh, das passt da hinten. Mach mal ganz kurz. Ähm, Blendgranate. Na, scheiße, sind noch so viele Leute in der Nähe. Ups. Ups, Ups, Ups. Nein, hab ich verhauen. Zack. Scheiße, wissen wir, wo wir sind. Scheiße. Kann man den Polizisten die Donut geben oder was? Ist er weg? Nee, die sind noch da, die Schweine. Die Kohlen sind noch unten. Gehen wir mal und bringen ihn mal aufs Klo. Und tschüss. 21 Leute müssen wir noch töten. Eine Sache haben wir schon verkackt. Oh, nein. Ich wollte... Nein. Oh, das liegen. Ich wollte ihn gar nicht töten. Kann auf jeden Fall nicht runtergehen, weil da mich die Bullen suchen. Was mache ich mit den Donuts? Das verstehe ich noch nicht. Ich würde mich mal interessieren. Sind die Bullen endlich weg oder kommen die da nicht rein? Suchen die mich? Also ein, zwei Leute haben wir ja schon mal getötet. Ist nicht viel, aber der Killer freut sich. Hier liegt einer. Ah, die Polizei ist ohne uns weg. Hier sind wir ja auch noch mal gleich tot. Hier sind wieder ein paar. Irgendwann sind die gleich alle mit. Nee, ne? Gesundheit, Mathe. Gesundheit. Ich bin noch zu nah. Ich will da jetzt kein Risiko eingehen. Ah, irgendwann hat er schon wieder die Bullen gerufen. Elektroschocker. Nehmen. Abhauen nicht, dass die denken, dass ich das war. War das natürlich nicht. Ich würde sowas nie tun. Elektroschocker, den können wir schon mal gebrauchen. Da können wir jetzt reihenweise, Leute, Spaß mit haben. Äh, fünf können wir maximal, das heißt, hier oben sind alleine... Alleine. Ups, jetzt habe ich nur noch vier. Da hin. Okay. Da habe ich mir das vorgestellt. Wollen wir den auch mal abtransportieren. Wieso geht denn das auf einmal hoch? Ich habe da nichts mitgemacht. Äh, das ist doch scheiße. Geht das da auf einmal hoch, ja? Mann. Wir waren so gut. Wir haben die Bullen abgeschüttelt. Keine Ahnung, nähe hier. Erstmal, jeder muss auf der Straße schlafen. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. So, Barbecue. Die Musik finde ich scheiße. Du kannst auch sterben. Auch doof. So, wir langen in den geheimen Kampfclub. Haben wir gemacht. Rübungstabletten. Nein. Behälter. Pulver. Was ich immer mit dem Pulver machen soll. Ey. Der ist schon tot. Man tritt nicht auf Leichen ein. Scheiß Wasserpfeifen. Ich jacke jetzt alle hoch. Damit will ich das nochmal auf den Sack gehen. Oh, Subletten. Oh, so ein Scheiß. Was soll ich für ein Mist? Irgendwas cooles. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Oh, hier haben wir's halt mit Kills. Ein Elektroschopper, ne? Polizei, Freunden, Helfer, nett wie sie sind, überfahren sie mal Leute für uns. Schon ein paar haben sie überfahren für uns. Da brennt wieder einer. Doppelkill. Haben wir hier wieder. Hier geht auch mal einer grillen. Wer ist hier nicht, ne? Oh, da sind die Bullen. Die fahren schon wieder weg. Dann können wir ihn auch noch mal messern. Joa, die Party ist wirklich hart. Machen wir mal Elektroschock-Party? Machen wir, komm. Party, Party! Elektroschock-Party! Scheiße! Double-Fuck! Nein! Ich war das doch nicht, ich bin unschuldig! Ach, Kacke! Okay, einmal noch. Einmal noch. Wir hätten sie fast gekriegt, alle. Wir hätten sie fast gekriegt. So. Hier muss erst mal ein Krankenwagen kommen. Weil dann sterben viele Betrunkener. Das ist ganz gut. Molli oder so? Molli oder so? Oh, hat er was fallen lassen? Nächstes Mal. Feuerzeug. Kraftstoff. Okay. Das ist ja keiner. Hehe. Schade. Ich würde eigentlich hochlaufen. Okay, das zählt nicht. Wir machen gleich noch eine Runde. Ach, Mann. So. Machen wir mal hier noch die Wellen. Jetzt ist hier Kraftstoff weg. Ja. Erstmal wieder rein. Brause. Was soll ich mit Brause? Brause. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Also. Scheiße Oh, jetzt haben sie mich schon wieder in Verdacht, oder was? Habt ihr nichts gemacht? Scheiße, den Einbullen kannst du nicht abstechen Ah Lass die immer gleich abhauen, wenn irgendwas passiert Ja, ich mach jetzt, ich hol das SWAT-Team nochmal, das war ganz cool Kriegen wir uns zwar nicht alle gekillt Ah, hab ich's gemacht, so Ruf eine Spezialanheit Oh Die gehen ja hier irgendwo raus Mal gucken, ob das klappt Nein Scheiße Leider nichts Ein paar haben wir zwar erwischt, aber nicht alle Ach, die Bullen sind da Warte mal Nein, warum bin ich jetzt der Bösewicht? Ich hab nichts gemacht Oh Brenn, Bulle, brenn Ihr wollt immer gesagt haben, ich hab nichts gegen Polizei im realen Leben Aber in diesem Spiel mag ich sie nicht Willst du nur mal geklärt haben Es sind schon wieder zwei Polizisten Warum sind es schon wieder zwei Polizisten, Mann? Wer hat noch nicht mehr gesucht? Super Gasgranate ist auch scheiße Gucken wir uns lieber nochmal hier schön den Drucker an Ja Gas-Alarm Ist die Bullen ja weg Und oben Eier Pussis Ah, nein, nicht die Polizei Nicht die Polizei Ja Ja, wieder nicht erwischt Je-ha Soll er jetzt irgendwie weiterkommen? Spaß auf dem Klo Hallo Macht ihr denn noch ein Klo? Er weg Ja, der tanzte auf irgendwelche Leichen Oh Fährt er weg Ja, super Hat er vielleicht Bringt uns die Polizei was tolles mit Leiche verstecken Will ich Lärm Überfahren sie gleich wenigstens jemanden? Nee Und wird wieder angerufen Kommt nur mal vorbei Ihr habt da jemanden überfahren Mal gucken, ob sie noch gleich einen überfahren Wenn sie wegfahren Ein paar Leute sind ja auf der Straße Latsch Nur einen Aber muss ich einen weniger töten Ist doch ganz gut Mal den auch Ja, läuft doch eigentlich ganz gut gerade Na, die sind zu nah hier Ja, die sind zu nah hier Da gehe ich jetzt nicht vorbei Naja, geht das wo man nicht vorbeigehe wird Das wollen wir nicht Das wollen wir nicht Zwölf Personen müssen noch dran gelaufen Niemand in der Nähe Tschüss Hier sind eindeutig zu viele Leute Hier mal ein Kondom Wow, deine Muskeln Ja, komm her Folge mir Komm Ich möchte euch gleich beide töten Pillen bringen auch nichts Schlüsselkarte nehmen Achso, ich dachte für ein Schloss oder so, aber hier komme ich nur an Sicherheitspersonal vorbei Auch nichts Besonderes, weil hier ist wieder irgendwas, wofür ich irgendwas bohre Tja, ich hoffe es kann dir anschauen Ja, bin ich ja Ja, ich hoffe es hat wiedersehen Er ist in meinem Messer gelaufen, das habt ihr gesehen, ne? Na, es ist noch zu viel da. Drei müssen wir eigentlich nur noch, ne? Guck mal, eins, zwei, aber da zählt nicht dazu. Oh, hier draußen ist endlich Ruhe. Hm. Na gut, den können wir da oben wechseln, ne? Weckholzen. Kann ich dir Pillen geben? Willst du was? Hast du was? Brauchst du was? Kriegst du was? So, da war das Level, äh, Punch Club. Griff, Marina. Achso, nicht erbauen. Marina, wo ist Marina? Oh, die kommt mit dem Polizeiwagen. Mission complete. So. Wir haben zwar nicht alle getötet, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo dalassen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Party Hard. Und wir spielen keinen Naugjoint. So, wir spielen ganz aquí. So, was die jetzt. So, jetzt bin ich nach. Ich mache jetzt einfach. Dann hab ich andereにructured. Dann habe ich, das so Fan drin, Naei hur dieser shotgun. Yズoc!